Hallo, willkommen in der Produktbewertung. In diesem Video werfen wir einen Blick auf die 5 besten Kinderkameras Test. Ich habe diese Liste basierend auf meinen persönlichen Recherchen und Meinungen erstellt und versucht, sie anhand ihrer Qualität, ihres Preises, ihrer Haltbarkeit und mehr aufzulisten. Wenn Sie den Preis sehen und mehr über diese Produkte erfahren möchten, können Sie den Link unten in der Beschreibung unten überprüfen. Auf Platz 5 haben wir die Vettnik Kinder Digital. Die Vettnik 1080p Kinderkamera hat einen weiten Winkel von 100 Ebenen. Die Auflösung der Bilder beträgt 5 Megapixel. Videos erreichen eine Auflösung von ca. 1080 Pixeln. Die Kinderkamera bietet viele Alternativen, um die Bilder zu machen. Beispielsweise stehen dem Kind 15 Fotoframeworks zur Verfügung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit für Spiegelaufnahmen, Dreifachaufnahmen sowie Zeitrafferaufnahmen. Die Vettnik Kinderkamera eignet sich sowohl für Windows als auch für Mac. Nach Angaben des Herstellers ist das Gehäuse stoßfest genug, um Abnahmen aus einer kleinen Höhe ohne Beschädigungen zu ertragen. Umzug auf Nummer 4 haben wir die Yolink Kinderkamera. Die Yolink 16 MP Kinderkamera hat eine Front- sowie Rückfahrkamera und eine Zeitrafferfunktion. Die Videoauflösung beträgt 1080 Pixel. Die Fotos haben eine Auflösung von 16 Megapixeln. Das Gehäuse der Nocke ist aus ungiftigem, weichem Silikon konstruiert und hält Gegenstürze aus niedrigen Höhen. Der Jugendliche kann zwischen 30 verschiedenen Rahmen wählen, mit denen die Bilder zu verbessern. Die eingebaute Batterie reicht für eine Aufnahmezeit von 2 bis 3 Stunden aus. Nach Angaben des Herstellers maximiert die automatische Abschaltung die Batterieeffizienz. Auf Platz 3 haben wir die Vitec Dizum Duo. Die Videokamera des Vitec Dizum Duo DX Youngsters ist für Kinder von 4 bis 1, 1-7000 Jahren geeignet. Zusammen mit der Aufnahmefunktion hat das Gadget einen Songsplayer, Bildbearbeitungs- und Verbesserungsfunktion, Videoclipaufnahmefunktion und Videospiele. Es ist für Mütter und Väter machbar, die Nutzung der Videospiele einzuschränken. Die elektronische Kamera von Vitec für Kinder bietet über 70 Fotoeinwirkungen, Rahmen sowie Briefmarken. Die Bildauflösung beträgt 5 Megapixel. Die Nokia hat einen 4-fachen Zoom und einen automatischen Blitz. Der Trigger kann nach links oder rechts eingestellt werden. Der Innenspeicher hat eine Größe von 256 Megabyte. Um zu Gov Nr. 2 haben wir die Nikon Coolpix. Die Nikon Coolpix V150 Youngsters Kamera verfügt über einen 3-fachen optischen Zoom und einen 6-fachen Digitalzoom. Die Bildhohequalität den Fotos beträgt 13,2 Megapixel. Die Videoclipqualität beträgt 1080 Pixel. Dank der Snapbridge-Funktion verbindet die Videokamera das Mobiltelefon. Um diese permanente Bluetooth-Verbindung zu erhalten, muss Snapbridge auf dem Smart-Gerät installiert werden. Die Cam überträgt nicht nur Fotos über Snapbridge auf das Smartphone. Sie liefert auch Details zu Ort, Datum und Zeit der Aufnahmen. Das Smartphone funktioniert als Fernbedienung für die Videokamera. Schließlich die Nummer 1 auf unserer Liste, haben wir die VO-Kinder-Kamera. Die VO-32 GB Kinder-Kamera hat eine Auflösung von 15 Megapixeln für Bilder und eine HD-Auflösung von 1080 Pixeln für Videoclipaufnahmen. Das Tool unterstützt Mini-SD-Karten bis zu 64 GB. Eine Micro-SD-Karte mit einer Speicherkapazität von 32 GB ist im Lieferumfang enthalten. Das Kind kann rund 3000 Bilder mit der Kamera aufnehmen. Die Laufzeit der eingebauten Batterie beträgt 2,5 Stunden. Es wird über das mitgelieferte USB-Kabel aufgeladen. Es gibt 30 Szenen-Alternativen sowie 4 Aufnahmezumme für Bilder sowie Videoclips. Die VO-Kinder-Kamera besteht aus ungiftigem, weichem Silikonprodukt und einer Schutzhülle, die entwickelt wurde, um Stöße aufzusaugen. Wie immer, Sie die Links der Produkte finden haben wir in diesem Video unten in der Beschreibung unten besprochen. Dank für das Ansehen unserer Video. Bitte mag, dieses Video teilen und vergessen Sie nicht unseren zukünftigen Update-Kanal zu abonnieren.